Ja, kannst du dich nicht abknallen? Ja, ich muss erstmal näher ran. Ich bin hier gerade auf dem Sniperberg hier. Ich stürm der jetzt hin. Ja, ich seh dich laufen. Bist du oberhalb vom Bauerngebiet oder rennt hier ein Zombie hinterher? Ja, ja. Hier rennen wir alle hinterher. Ja, also wie viele Leute sind da jetzt mit Waffen? Zwei. Zwei Leute. Einer rennt wieder zurück. Also zwei. Ja, ja. Ja, ja. Ich versuch jetzt einfach mal, die irgendwie abzulenken, dass du die abknallen kannst. Der hat mich gesehen jetzt hier. Ja, schießt schon auf mich. Hinter mir schießt Mosin. Hinter dir? Ja, ja. Ah, ich seh den Mosin-Schützen. Der stellt sich jetzt hin und zielt auf mich. Ja, lauf einfach zigzag. Das ist ein bisschen schien. Wo rennt er hin? Warte mal, ich glaub, der steht da noch in der Ecke. Gut, mir den zu holen. Oder ist der rein ins Hochhaus? Warte mal. Ne, da ist er. Ist tot. Na gut. Headshot. Kommst du? Hallo Freunde. Bei der nächsten Szene muss ich euch mal wieder ein bisschen was erklären. Denn das ging alles so schnell, das konnte ich nicht so schnell aufnehmen. Also ich bin runtergerannt, nachdem Johnny den erschossen hat. Und wollten den halt looten. So, auf einmal hat noch ein Mosin-Schütz vom Sniperberg, vom Berenzino-Sniperberg oben auf uns geschossen. Und ja, wir sind wie wild da unten rumgerannt. Ich wollte mich bei den Mülltonnen da unten verstecken. Die Mülltonnen sind direkt neben dem Hochhaus da, bei dem Lang. Und auf einmal sehe ich aber, dass da einer drinnen steht. Und dann habe ich den noch irgendwie aus den Augenwinkel abgeschossen. Und Johnny wurde aber von den Mosin-Schützen oben auf das Sniperberg abgeschossen, währenddessen. So, und ich lebe jetzt noch und ab da geht es jetzt eigentlich auch weiter. Viel Spaß. Fuck, ich bin tot. Ich weiß aber nicht wo. Scheiße. Hey, ich habe echt gesagt, ich schwören kann, er ist allein, ey. Aber ich denke mal, die haben sich gerade eingeloggt und der war noch allein. Äh, ich muss mal kurz auf Karte lassen, sorry. Ich bleibe mich, muss kurz telefonieren. Scheiße, dass ich jetzt hier nicht aufgenommen habe. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, warte, warte, ich bin an den Leichen, ich versuch da schnell mal was zu looten. Oh man, ge- Sehr gut, sehr gut, sehr gut, BITCH! Jetzt hol ich mir noch den anderen. Okay, pass auf, pass auf, ich hab auch, ich hab jetzt ne Mosin, warte, 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 wo ist, wo seid ihr? Auf dem Feld? Dörte, dörte, Tannen. Dörte in den Tannen? Ja, ja. Okay, ich seh da was laufen. Ja, da renne ich drauf zu, ja, ja. Du rennst drauf zu? Ja, ja. Der ist hier in der Tanne vor mir. In der Tanne vor dir, okay, warte. Er hat mich getroffen. Ja, ich bin tot. Fuck, das war von hinten noch einer. Ja, ja, da ist noch Mosin-Schütze oben, roter Wald irgendwo. Den Typen hab ich grad weggeschossen, so. Und im gleichen Moment hat sich der Typ abgeknackt. Ja, ja, der hat mich noch gehittet. Wo ist der, Mosin-Schütze? Irgendwo, roten Wald oben. Da, in den Tannen ist er rumgerannt. Vor dem roten Wald sind noch so Tannen. Warte, 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 ich seh, ich seh ihn rennen, glaub ich, ich seh ihn rennen. Okay. War der alleine? Ja, ja, der kann nur noch das gewesen sein. Okay, der hat mich nicht gesehen, glaub ich. Boah, der, der glitscht rum. Das war jetzt so russian jetzt, was ich hier gemacht hab. Boah, der glitscht halt volles Ei, volles Rohr rum, hey. Ich bin Elektro. Schnell bring ich um. Boah, der lädt nicht nach, warum? Ah, sort aus, okay. Sort aus. Boah, genau nochmal 5 Schuss. Fuck, Alter. Oh, jetzt kommt er natürlich genau zu meiner positiven Zombie. Ganz toll. Boah, da könnte ich ausrasten, ne? Ist so ne Scheiße. Aber deine, deine ist tot in den Tannen da noch. Ja, ja, der ist tot, der ist tot. Gut, war ich nicht. Der wusste nämlich nicht, wo ich bin, weißt du? So ne Scheiße, ey. Ich wusste den grad die ganze Zeit zu spotten, aber irgendwie seh ich den nicht. Warte mal, ich renz grad ganz. Oh, die sind equipped hier. Die ist richtig hart equipped, der einer, der tot ist. Ja, ja, ja. Und einen hab ich ja grad abgeknallt. Die waren ja zu zweit an der Leiche gerade. Den einen hab ich mit dem Shotgunschuss da abgeknallt. Weil die waren grad beide beim Loot. Hier ist einer mit einer Axt bei mir. Hä? Bist du das hier vor mir? Ja, das bin ich. Achso, alles klar. Das bin ich. Okay, ich loote den jetzt da einfach mal. Ja, okay, warte mal. Ich renn hier außen rum und guck, dass der dich nicht abknallt, okay? Mhm. Ich glaub, der deckt die Leichen von irgendwo. Aber von wo ist die Frage? Weiß nicht. Ich renn mal hier draußen rum. Wo ist ihn schießt? Wo ist ihn mit Long Range? Ja, der hockt hier am Busch. Hier auf der anderen Seite. Geh einfach looten, geh einfach looten. Okay. Ich kümmere mich um den. Wo ist ihn schießt? Ja, der schießt auf mich. Soll ich den Axten? Warte, warte, der hat noch... Okay, jetzt hat er noch... Wie viel Schuss? Wie oft hat er schon geschossen? Ich hab den Mosin. Warte, warte, der rennt weg. Der rennt weg. Okay, da ist noch ein Schütze. Da ist noch ein Mosin-Schütze. Das bin ich, das bin ich. Achso, das bist du, wo du grad geschossen hast. Okay. Ja, ich hab ihn gehittet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber der hat noch mindestens... Der ist down. Jawoll. Okay, aber jetzt nicht zu früh looten, hä? Nee. Jetzt war der wieder nicht alleine. Ich geh lieber mal in die Ecke looten. Ist da noch was? Äh, nee. Gar nichts mehr? Nicht wirklich, nee. Da waren noch zwei Leichen. Und die hatten nichts mehr? Äh, nee, ich hab... Das waren ja als Newies der eine. Also die anderen. Echt jetzt? Ich guck noch mal. Oh, ich muss es riskieren. Ich brauch die Mosin, ey. Oh, mit PU-Scope. Ach, das sind die Typen hier. Repeater und so. Doch, der hat ja noch was. Aber... Ehehehe. Oh, ja. Ja, ja. Von Hochhaus. Vom Hochhaus. Von welchem... Oh, ich bin getroffen. Was? What the fuck? Von wo? Irgendwo vom Hochhaus. Von welchem Hochhaus? Hä? Okay, ich muss aufstehen. Ich hör die Schüssel von irgendwo. Wow, 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 wow. Renn, 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 renn. Nee, das ist nicht Hochhaus. Das ist irgendwie Bauerngebiet oder so. Oder Berg. Oh, ja, ja, ja. Das kommt von irgendwo anders her. Der hat ja nichts mehr. Ich heide den. Der hatte... Der hatte keine Munition, der Typ. Ich hab tausend Schuss Mosin jetzt. Okay. Das wird ein Zombie loswerden. Versuchen wir mal zu spotten den Typen. Ja. Hast du ungefähr gehört, wo es herkam? Ja, irgendwo Berg, so Bauerngebiet da. Wo die ganzen Safari-Bäume und so stehen. Äh. Mein Sound spackt voll manchmal, ey. Ist kurz weg auf einer Seite und er wird da. Ganz komisch. Ich sehe ihn nicht. Okay. Kannst du mir kurz mal Muni droppen irgendwo? Wo bist denn? Ich bin immer noch bei den Leichen hier. Okay, okay. Dass ich auch ballern kann, ey. Bist du hier, ja? Ja. Hier. Hier. Die sind aber alle, glaub ich, ruiniert. Musst du gucken. Hier, ich leg dir tausend Schuss hin. So. Okay, super. Die sind auch alle ruiniert. Ah, das sind zwölf Schuss. Scheiße, ich hab jetzt auch nicht mehr viel. Ich kann dir noch ein paar geben hier, oder? Willst du noch ein paar? Ja, komm doch mal, wie viele du hast. Ich hab jetzt dann noch 18, wenn ich dir noch 10 Schuss gebe. Ah, hier liegen ja auch noch 15. Hier liegen doch noch welche. Ah, das ist ein Typ, das ist ein Typ. Hier draußen. Oh ja, mit Axt. Milliverpen. Aber, zeig dich nicht zu offen in der Spalte wegen dem Mosenschützen. Boah, was war das? Was war das? Ich hab ihn getroffen. Ja? Ja, ja, das hier vorne. Da ist noch einer. Echt? Oder ist der Downer? Ist der Downer? Läuft der noch? Der läuft noch. Ich hab den einmal in den Rumpf getroffen. Ja, der läuft noch. Alter, ich hatte gerade den übelsten Soundbug. Der steht hier. Vor dem Blechding da. Ja, irgendwo da, irgendwo da ist er. Der rennt jetzt zum Piano aus. Warte, ich hol mir den gleich. Sicher? Ja, ja. Ich seh den aber nicht. Müsst du den ja sehen. Scheiß, ich hab vorbeigeschossen. Der rennt jetzt irgendwo auf der Straße, ist er. Mann, das ist alles ruiniert hier. Ich seh den nicht. Ah, ja, ja, da hinten rennt er. Ja. Okay. Hast du die geheilt jetzt da, die Typen? Ja, ja. Ich seh die noch. Wo ist der scheiß Mosenschütze, hä? Ah, hier hinten rennt er irgendwo hinter den Häusern hier bei den Mauern. Ist ja grad gerannt. Ja, aber der Mosenschütze, der ist viel interessanter. Hey, der hat ja nix, oder? Ne, der hat nur ne Axt. Wo ist der scheiß Mosenschütze? Hm. Ich konnte nicht richtig auf den schießen, weil mein, 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 mein Mauspad war auf einmal zu Ende. Da müsste ich am übelsten... Woah, du... Ich versuch mal in die Blechhalle zu kommen und von da raus vielleicht einen PU-Scope, so. Hm. Bin ich. So, von hier, deswegen lauf ich jetzt so rum, dass der mich nicht sieht. Dass ich da mal mit dem PU-Scope mal hinspotten kann. Ich seh da ja mal einen kriechen. Wo? Oben auf dem Feld. Direkt auf dem Feld. Woah, die zielen, oh, die zielen, ja, ja. Ja, klar ziehen die hier. Sag mal mal... Zwei Leute kriechen da. Wie, wie zwei? Ja, ja, oben da auf dem beigen Feld da, wo ich hinziele. Siehst du mich? Ich seh dich grad nicht, ne. Kannst du mal ein bisschen... Du musst mir ein bisschen sagen, wo. Ich bin immer noch da bei den Leichen, bei diesem Holzschuppen, der da ist. Immer noch an der Gleichstelle, wo du grad an mir vorbeigerannt bist. Ja, ja. Aber das sagt mir immer noch nicht, wo die Leichen liegen. Direkt, äh, bei der Ecke gegenüber, auf dem Feld hinten, da liegen zwei Leute. Warte mal, ich hab hier grad was laufen sehen. Warte mal. An der Blechhalle ist da irgendwas. Ja, ja, da rennt... Ja, ja. Oh ja, da rennen Leute. Warte mal weiter. Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Ich glaub da ein Spieler, ein Spieler equipped, war der an der Blechhalle. Ja, jetzt läuft aber da ein Zombie hin. Wo sind die jetzt hin? Ich seh sie nicht mehr. Da oben. Ich renne jetzt zurück, ich sitz hier richtig in der Patsche jetzt gerade. Ich bin im Eckhaus hier, in dem ersten, ne? Boah, fünf Minuten noch. Komm. Lass ein bisschen was riskieren. Komm, fünf Minuten noch. Also ich bin im Eckhaus. Ja, ja. Boah, direkt neben mir hat Mosen geschossen. Ich hab, ja, ja, ich, ich hab auf die geschossen da oben. Aha. Die rollen sich zurück. Typ rennt zu den Leichen hier. Equipter Typ. Okay, kriegst du den? Ich weiß nicht. Okay, ich helf dir, ich komm zurück. Wo ist der jetzt? Ich glaub irgendwo bei den Leichen, bei der Mauer irgendwo dahinter. Okay, okay, ich bin im Piano. Pass auf, die sind da irgendwo auf dem Feld... Oh, ich muss zurückrennen, ich muss unbedingt zurückrennen. Übelst schnell, jetzt. Wo ist denn der? Ich seh da keinen. Ich seh den nicht mehr. Irgendwo bei der Mauer, bei der Ecke. Ich hab den da das letzte Mal gesehen. Da auf, auf dem Feld rennt er. Auf dem Feld? Ja. Wohin? Direkt auf dem Feld. Ja, ja, ich seh was, ich seh was. Warte. Der liegt jetzt. Du schießt? Ja. Boah, wieso zieh ich? Wieso schießt du's immer drüber? Hey, das gibt's doch gar nicht. Immer ein paar Ziele. Boah, hinter mir ist ein Typ. Hinter mir ist ein Typ, der will mich axten. Okay. Kriegst du's hin? Ja, ja. Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn die Beine gebrochen. Ey, das sind die Typen, die mich gefangen hatten. Die da hier grad anrücken. Weißt du was ich mein? Ja. Die sind es. Der Ubi ist down. Okay, sehr schön. Ich bin jetzt auch wieder fast bei dir. Mhm. Ich zieh mich grad zurück, weil der hat mich gesehen, der eine. Oh, ich hätte fast nur Rücken schießen können, aber dann. Oh, wie viel Long-Wing Scopes hab ich? Das sind auf jeden Fall drei Leute. Ich umlauf das ein bisschen. Ich lauf jetzt hier Richtung zweites Piano-Haus. Mhm. Guck mal, ob der eine mich verfolgt. Also einer war ziemlich am Piano-Haus dran, ne? Ich seh da wieder jemanden kriech in so'n Busch. Die sind auf jeden Fall, das sind die Wichser, die mir den Sack über den Kopf gestern mit haben stehen lassen, ey. Du schießt was? Was ist du? Nein, nein. Das war ich nicht. Okay, Zombie rennt, Zombie rennt. Woah, hinter mir ist hier... Woah, diese scheiß Lumis mit der Melee weppen, ey. Die gehen mir so auf den Sack, ey. Ich hab auch schon wieder so einen. Ich hab ihn grad noch gehört, ey. Der ist tot. Okay. Der erster Schuss hat gesessen. Der wäre auch wieder ein bei mir. Die mal herkommen alle, ey. Okay. Hoffentlich nehm ich auf. Da hat doch einer. Ist das da einer neben der Mauer? Ich seh's nicht. Das kannst du mir grad nicht sagen, wo einer ist, oder? Ne. Da wird er immer noch direkt da bei der Ecke gegenüber auf dem Feld irgendwo in den Büschen. Okay. Weil da ist so eine grüne abgefuckte Mauer, so eine kleine. Ja, ja. An so einer Straße. Ich versuch das jetzt mal so zu laufen, dass ich die so ein bisschen von der Seite oder von hinten kriege, weißt du? Ja, ja. Mit PU-Scope kann ich auch ein bisschen auf Entfernung schießen. Schießt. Okay, Schuss. Auf was? Weiß ich nicht. Zombie? Glaub schon. Okay, ich bin jetzt im Bauerngebiet ungefähr. Ja. Also nicht, also von der Höhe her jetzt nicht im Bauerngebiet, aber von der Höhe. Ich bin ja ziemlich am Arsch. Hier ist alles voller Typen. Es ist halt die Frage, ob da noch welche auf dem Hochhaus ist. Hier kommt ein Typ auf mich zu. Hochhaus wäre jetzt gefährlich für mich. Scheiße. Wer schießt denn die ganze Zeit? Ich, ich schieße. Nicht getroffen? Ne. Schade. Muss zurück. Rücken die vor? Ja, ja. Die rücken vor. Also sind die fast bei dir jetzt? Ja, ja. Die sind bei mir hier. Schule und so. Was? Sag das doch, Mann! Ich renne hier ins Bauerngebiet hoch. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn die schon in der Schule sind. Ich sag nur die ganze Zeit, dass die schon immer noch da an der Ecke liegen. Höhere Ecke, wo die ganzen Leichen vorher lagen. Alle drei? Ja, ja. Die rennen ja immer noch alle rum. Oh, den hätte ich grad schön töten können. Ich hab wieder plus, ah, so restart. Oh, Mann! Das wär so perfekt gewesen, verstehst du? Scheiße. Das kotzt mich an sowas, ey. Das wär die, weißt du, das wär so, und das wär nicht gestellt gewesen. Och. Mh. Mh. Warum hab ich vorbeigeschossen, ey? Mann! Der hat grad einen schönen Knick nach rechts gemacht, dann hab ich natürlich wieder gleich geschossen. Du, die haben, ich hätte zwei Leute weggeholt, das war, die lagen ja, die lagen in der Wiese, ne? Mh. Und ich hab genau auf die gezielt und die Kugel ging so, ja wie so, keine Ahnung, also jetzt auf dem Bildschirm vielleicht einen Millimeter über den Kopf in den Boden rein. Mh. Mh. Dann ist der eine aufgestanden, losgeraten, dann hab ich auf den anderen, der da laggeschossen, genau das Gleiche. Och. Scheiße, ey. Und dann war ich im Pianohaus, und dann war ja der dritte fast vor mir, ich hätte fast einen Rückenschießen können, aber da war ich dann grad irgendwie nicht schussbereit, so. Und dann hat er sich schon umgetreten, hab ich gesehen. Mh. Und dann hat er sich hinter der, ist er nicht mehr hinter dieser, da stand so mit Blechdings da, da ist er noch nicht mehr davor, und dann bin ich lieber abgehauen erst mal. Mh. Ich glaub da hat er auch ne Shotgun, ey. Mann ey, wie ich da hab an den vorbeigeschottet, den hat ich locker töten, der kam straight auf mich, ey, und da muss der einen Knick nach rechts machen, ey. Mann. Das ist manchmal so kacke. Ich knuck, connecte wieder. Der hat nach hinten nämlich geguckt, der hat nämlich nach vorne geguckt. Der legt, der legt Zeug auf der Straße. Jaja. Jaja, oh, 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 oh. Da ist er, da ist er, da ist er. Im bädischen Gebäude. Shotgun, ne? Ich weiß nicht. Ne, ne, trampelt, trampelt. Ach, da rennt einer mit Shotgun und schwarzen Rucksack raus. Ach, das ist ne, das ist ne Shotgun? Ja. Meinst du den? Jaja, oh ja. Oh Gott, das ist ne Anderer. Ja, der ist hinter mir her. Ich hab den grad schon versucht zu schlagen. Hä? Ja. Aber ich glaube, jetzt ist alles schon zu spät. Was sagt denn der? Ich verstehe den nicht. Oh oh. Aber er hat nur eine doppelläufige. Er hat nur zwei Schuss. Pass auf, er kommt, er kommt, er kommt. Aber wenn er nicht alleine ist, ist das halt blöd, ne? Hallo! Hallo! Komm von hinten. Okay, hat sie hier erledigt. Ich muss eh aufhören. Ich war jetzt abgelenkt, ey. Morgen fliegt es wieder, ja? Ja, ja. Und haust du noch auf ihm rum? Ja. Sehr gut. Und? Lebst du immer noch? Ja, ja, das ist ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Hat mich aus den Augen verloren. Ja, okay. Hey, ich muss Schluss machen. Jetzt ist es mir morgen, ne? Ja. Viel Glück. Ja, ja. Tschü. 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 Ich hab dich. Ich habe dich, Mann. So's up? Ja. Der ist nicht so. Ah, ich halte. Ja, okay. Johnny! 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 Musik Musik